Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Karotteneintopf mit Schweinefleisch und Speck. Ein herzhafter Karotteneintopf aus dem Norden Deutschlands. Für 6 bis 8 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1,5 Kilogramm Karotten 1,5 Kilogramm mehlig kochende Kartoffeln, zum Beispiel Bintje, Adreta, Afra oder Licaria. Liter Rinderbrühe, Gemüsebrühe, Wasser- oder Würfelbrühe. 2 Liter Wasser 700 Gramm Räucherspeck 1,5 Kilogramm Kasseler, Schweinebraten oder Schweinekamm Thymianzweig Lorbeerblatt 5 Pimentkörner Prise frisch geriebene Muskatnuss Frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf Großer Topf Sparschäler Stampfer Großes Küchensieb Große Schüssel Zubereitung Die gewünschten Flüssigkeiten mit dem Thymian und den Pimentkörnern in einem großen Topf aufsetzen. Nach weiteren 10 Minuten die Karotten ebenfalls dazugeben. Zum Schluss das Fleisch aus der Flüssigkeit herausnehmen. Den Topf vom Feuer nehmen, den Inhalt durch ein Küchensieb abseihen und die Kochflüssigkeit in einer Schüssel aufbewahren. Das Gemüse mit einem Gemüsestampfer grob oder fein stampfen und mit so viel Flüssigkeit aufgießen, bis der Eintopf die gewünschte Konsistenz bekommt. Den Eintopf mit Muskatnuss abschmecken und eventuell nachwürzen. Das Fleisch in Scheiben aufschneiden und zu dem Gericht servieren. Anmerkung Die Fleischmenge ist nicht nur für diese eine Mahlzeit gedacht, die Reste können selbstverständlich kalt mit Brot und Senf verzehrt werden. Wichtig ist, dass das Fleisch seinen gesamten Geschmack an den Eintopf abgibt. Übrigens, aufgewärmt schmeckt dieser Eintopf hervorragend, zum Beispiel wenn der Eintopf in einer Pfanne mit etwas Schmalz erhitzt oder leicht angebraten wird. Als Beilagen eignen sich Scharfer Senf, zum Beispiel Dioschenf oder mittelscharfer Senf. Diese Varianten gibt es Zusätzlich mit gehackter, glatter Petersilie bestreuen. Mit geschmelzten Zwiebeln bestreuen. Mit ausgelassenen Speckwürfel bestreuen. Vegetarischer Karotteneintopf Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!